Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute bei mir in der Karre, den sehen wir zwar nicht, oh doch jetzt, Sneakerboy, der Panos, da ganz hinten, die Miss Ladykiller und der Neonatore heute bei uns. Ja, fette Rauchwolken hier. Ich würde mal sagen, fahrt mir mal hinterher. Ja, wir haben heute Bock auf Capture the Flag. Ja, Sneakers, dein Flugzeug steht ja sehr ungünstig. Ja, was? Ich bin aber heil gelandet. Willst du mehr? Naja, ein bisschen an der Drücke zerschellt, ne? Dass der Flugzeug steht und ist noch flugbereit, also, ne? Das schaffst du wahrscheinlich nicht. Ups. Nix passiert. Bitte in Reihe und Glied. Ja, ähm, sollen wir jetzt schon Teams bilden? Panos. Haftbombe, sag ich nur, wenn du überholst. Na, von mir habe ich schon ausgewählte, also, wenn du deine Willen, dann, keine Ahnung, keiner haben. Danke dir für einen Schuh. Ja, ich habe mir das auch gerade gedacht, ne? Wie soll ich das nachdenken? Ja, mein Auto hat sich gedreht. So, ähm, Teams bildend. Wer auch ich? Auf Zufall, mach mal auf Zufall. Auf Zufall, okay, perfekt. Delta spielt Horst, ich trete bei. Okay. Hustend. Hab gehustet. Ich wirb treten bei. Du bist 16 Spieler, das passt ja. Der Job konnte nicht heruntergeladen werden. Ja, dann warte. Es ladet bei mir. Ihr wisst, so, Verbindungen und so. Äh, Team-Ausgewogenheit an. Hat's geladen bei euch jetzt? Ja. Äh, ich komm nicht rein. Ich probier jetzt noch einmal. Okay, geil. Schick mich dann da und raus. Kannst du mich einladen, Delta? Ja, warte, ich stelle auf geschlossen oder so, ne? Mhm. Oder so, aber... Warte. Also, Wetter... Naja, wenn mehr Leute drin sind, ist lustiger, ne? Ach, weiß nicht, scheiße. Eine Stellung bestätigen, alle aus aktueller Sitzung einladend. Okay, Moment. Ja, natürlich hoffen wir, dass wir bei Neo und Snickers landen. Herunter. Ach, klar. Bei mir wird wieder angezeigt, der Job konnte nicht heruntergeladen werden. Ich bin jetzt in unserer Welt. Jetzt hab ich den Fallschirm gezogen. Uh, und dann noch eine rote Rausspur. Ja, jetzt bin ich wieder. Warte, ich probiere jetzt noch einmal reinzukommen. Naja, wir warten. Keine Sorge. Wir warten, keine Sorge. Macht weiter, komm. Spiel wir. Was? Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ach so, ich komm jetzt rein, Leute. Wir sind die Zahl abgelaufen. Ach so, ja, ich hätte auf geschlossen reinmachen sollen. Wetten wir? Ja, machen wir mal öffentlich. Bitte. Der ist schon zu spät, ne? Aber auch egal. Aber ja, wir haben Teams. Ja, wir wetten. 2.500, wie immer. Team? Drei? Hä? Ja, wir haben vier verschiedene Teams. Ach so. Jeder spielt für sich. Geil. Ah ja. Okay, ich würde mal sagen, bereit zum Spielen und... Ja, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins... Droggelbecher. Weiß ich nicht mehr genau, was wir machen müssen, aber auch oder? Team Dab... Ja, das ist sowas wie Team Dabmatch. Nee, Flagge holen. Doch, auch wie Team Dabmatch. Ich muss die töten jetzt nicht so, ne? Nee, nee. Ja, klar. Ja, na also. Erstmal hier Waffen aufsammeln und so. Wow. Ups. Das war derbe. Das war derbe. Und wie komme ich hier rein? What the fuck? Das habe ich noch nie gespielt, allerdings. Wo ist denn deine Flagge hier? Gut versteckt. Junge, 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 Junge. Ist die oben oder was? Nee. Ich hatte doch hier ein Bike gesehen. What the fuck? Ey! Oh, man! Du kleiner Lutscher, ey! Ich bin ja lange nicht spawnt. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Immer die Frage, ne? Was denn jetzt? Vielleicht. Ich glaube, ich werde verlieren. Das habe ich so im Gefühl. Deine Revanche geholt, wa? Jo. So muss das sein, ne? Jo. Man sagt ja, wie du mir, ich dir, ne? Wie du mir, so ich dir. Jo. Ob ich hier nicht raushelle? Aber jetzt ist die Frage, wo ist meine Reisetasche? Nein, wie kommt das? Ich habe doch nicht rot. Da, wo die blaue Markierung ist. Also, okay. Mensch, Mensch, Mensch. Nein! Ups. Ach, wie geil. Da kam die Dälder, da. Ist ja voll gemein, ey. Nein! Oh! Das tut man nicht! Alter, willst du... Alter, Alter. Nicht an die, ich kenne es auch mal an die Visierungen, ey. Wozu haben die denn? Wenn du die nie... Am Arsch. Am Arsch der Heide. Ach so, bei mir wird das sogar markiert, wo ich hin muss. Okay. Da hatte ich ja gar nicht gesehen und so. Scheiße. Aber wo muss ich jetzt rein, Junge? Ah, das ist die Frage der Fragen. Ja, ich glaube nicht, dass es hier reingeht. Mann, ist das kompliziert, die Map hier. Oh, der war. What the fuck? What the fuck? Nein, kill mich nicht. Kill mich nicht. Kill mich nicht. Oh, Mann. Natürlich kill ich dich, Junge. Was glaubst du denn? Oh, Mann. Ja. Der ging ja. Konntest du nicht woanders lang latschen? Nope. Nee, nee. Konntest du nicht. Da stehen überall schon Autos herum, ne? Lenkt überhaupt nicht ab, finde ich. Nein! Fuck! Ich wusste, er war da. Ich wusste es, dass er da war. Falschen Moment rausgeguckt. Vom Arsch der Heide. Oh, Mann, diese scheiß Autovision. Vom Bül. Ich kann ihn aber nicht anvisieren. Ich ihn aber nicht, ne? Das wäre klar. Nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich fühl's am Kreis. Gegenseitig. Aber fair. Aber fair, ja. Endeutig. Geht doch. Schneller, du Schlampe! Das ist... Nein! Nein! Wow. Ich finde das Spiel geil. Ja, ich auch irgendwie. Aber nur irgendwie. Ich bin's wie. Ja, ich bin's wie. Ja, am Ar... Alter, what the fuck! So was nennt man Headshot, Karabiner. Ja, genau, Alter. Du bist ja richtig so ein Lack, da, ey. Ja, warum? Headshot, Headshot. Ja, weil du sofort... Komm, fielst du dir Headshot, oder was? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Habe ich aber jetzt getroffen oder so? Getroffen hast du ja. Ja genau. Wafisch ist noch langsamer? Ja man, Neo. Also mir gefällt es, muss ich sagen. Na, mir nicht so. Ah, wer ist weg? Ähm, Betsy. Betsy, auch nie. Ja, hat nicht viel zum Mitreden hier, ne? Hat er kein GTA? Ja genau, wie sch... Ich habe irgendwie geahnt, dass jetzt hier wer kommt? Ey, unser Wied. Ey, habt ihr euch jetzt alle gegenseitig an ihm ausgepustet oder was? Das zweite Mal schon, ja? Ja, ich und deine Schwester. Wolltest du mir was klauen oder wat? Ja. Das ist verboten. Mann, Sneakers, hau ab! Ich komme nicht vom Fleck. Wie viele Reisende Taschen habe ich eigentlich schon geliefert hier? Hau ab, mich zu schießen! Hau ab, mich zu schießen! Hau ab, mich zu schießen! Und du knallst mich gleich ab, oder was? Wie lang soll das noch so gehen? Nein, 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 nein! Hau ab, mich zu schießen! Ich bin tot! Ich bin tot! Nikas hat mich gerade umgezogen! Ich hoffe, ich habe dich umgezogen! Na, warte mal! das war werbe das war richtig böse böser junge böser junge ich bin bei drei reisetaschen genauso wie du auch ich will nichts sagen aber ich habe vier ja lakka ist und immer gleich ein heavy zieht dass mich doch auch mal ne tasche klauen und statt war kämpfer der feine schule ja 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 das kann der deltacamp nichts anderes am parker auch normal steht er da hauptsache ich bin Kämpfer und Sonne naja du weißt wo ich spornene ich werde nicht hätten ich will hier einsteigen ich bleib stehen haupt Prozent die hatte gespawnt oder wie ich glaube ich habe gewonnen die er hat gewonnen wir haben alle anderen hier an sieben oder so werden oder auch mal ich und dort ist auch eine gute Waffe oder nein leider nicht noch mal ich habe 15 Minuten Aufnahme und Snickers langweilt sich zu Tode oder 3.500 gewonnen durch wetten das ist nett hr 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 hat neil ein nicht freier modus nicht freier modus hr hr Ja, erstmal beende ich die Aufnahme Und dann machen wir was anderes Mal schauen Ja, ich würde mal sagen Begrüßung Und alle halten sie die Schnauze Wenn ich zu schnell hier ausschalte Tschüss Dann fängt das so an Ey, ich wollte aber noch grüßen und so Ja, Neo willst du auch mal grüßen? Tschüss Okay, Neo hat einen Herzinfarkt Neo ist tot Von Neo kriegt er keine Let's Plays mehr Und Neo, ja, es tut mir leid für dich Dass du abgekratzt bist, aber Ich mein, kann ich ja nix für Bis nächstes Mal, Leute